Das sieht bei mir natürlich nicht, was ich so runterkomme. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video zum iRig Video Creature Bundle. Da ist eine Halterung ins Mikrofon und ein Stativ mit einem Kästchen und eine Smartphone Halterung. Und hier noch so einen Ring mit einem Kästchen und einem Stecker. Und jetzt machen wir es auf. Schauen, was dann ist. Wer macht es zuerst straf? Den mindsten. Also. Was hat sie denn? Papier? Anleitung, sicher wieder. Kästchen. Smartphone Halterung und Stativpumse. Jetzt ist sie schon weiblich, Smartphone Halterung. Anleitung. Bla 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 bla. Das grösste Päckchen. Ein mega cool verpacktes Ribleni. Jetzt würde ich sagen, schon heutzutage wir das Ganze zusammensetzen. Und dann machen wir noch mal ein Video mit dem. Ist gut. Machen wir das mal raus. Fuck. Ich nehme mir. Schau mal. 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 Ja. Der ist natürlich nicht dabei. Das ist nur ein ganz normaler Akku-Pack. Das kommt zu dem. Schau mal. Warte. Ja, aber das machen wir anders. Schau mal. Das Mikrofon, den wir in die Ruine. Oh, da braucht man so eine Sachen. Das hier wäre die Halterung. Das auch schon auf dem Mikrofon. Und verschiedene Kabel auf USB, micro USB, USB auf USB-C auf micro USB. Und das ist für mein iPad. Und ein Lightning auf Micro-USB. Das kann man am iPhone anschliessen, am iPad, am Android-Telefon mit USB-C oder am Papis im iPad, dem grossen, und an einem Computer. Cool. Genau, und da... Kann ich öffnen? Ja, Entschuldigung. Voilà, schau jetzt. Schau, Papi. Was? Jetzt muss ich öffnen, so. Kann ich es nicht tun? Es hat es hart. Es hat es hart. Ja, musst du die zwei so halten. Ich warte. Wieso nicht? Da fehlt noch ein Schreiben. Warte, muss ich noch mit anstössen. Ich warte. Du bist. Ja, ja. Finde ich gut. So. Das ist der Adapter. Den musst du unbedingt behalten, falls kleinere Sachen willst. Genau. So. Das Mikrofon. Schau da. Was ist das da? Das ist eben, um es mit dem Telefon oder mit dem Tablet zu verbinden. Da wird zum Beispiel das Telefon, das Tablet oder das Smartphone damit verbunden. Der Computer besser gesagt. Oder zum... äh... zusätzlich hat man da noch einen Klinkenport. Da kannst du ein Kopfhör rein tun, damit du hörst, ob du gut siehst. Das ist eine gewackelige Sache. Das... Aua. Also das ist nicht so... Nicht so schön. Welches kann man gut machen? Ähm, mein iPad. Ja. So. Ja. Das kannst du auspacken. Genau. Dann packen wir noch das dritte aus. Auch das... ui. Wie ist das qualitativ? Nicht. Es hält nicht. Es hält auch nicht. Schau mal, siehst du die Kanten? Die sind scharf. Die sind scharf. Das ist nicht so lustig. Au. Ja. Ui. Das war schon. Das war schon. Schon? Gut. Glück gehabt. Ähm. Voilà. Aber so viel ist das nicht gewesen. Gut. Glück in der Suche. Es hat nur noch ein bisschen Gummi unten dran vor mir. Und wenn man es zusammen tut, dann klappt es gerade selbst. So. Die Gummi sind natürlich, dass es hier unten gut gehalten wird. Okay. Dass es hier gut gehalten wird. Und hier aufschrauben und dann ist es locker. So. Wer wird es anschraubend? Ui. Entschuldigung. Ja. Darf ich es ansetzen? Ja. Also warte, hier haben wir ein kleines Grund verpacktes Schwiebeln. Bis du fertig geredet hast, Madame Phil Quatsch. Hey. So. Ja. Ich kann im Kopf noch besser durchstecken. Nein. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber das ist auch mega kantig. Ja. Das sollte man vielleicht in diesem Video zeigen. Da ist nicht so ganz toll verarbeitet. Also. Und ich kann die Türen abtragen. Ich will abtragen. Was willst du abtragen? Das Ding da. Das Ding da. Da ist noch das Pendeln dabei. Du. Eine ganz einfache Federmechanik für das Telefon. Und jetzt müssen wir es herausfinden, wie wir es hier anschrauben. Und... Aha, ja, falsch. Man kann grossen Telefonnummern. Kann man grossen? Ja. Ein so grosses Telefon nicht, wo kann ich. Nicht? Soll ich mir also ein grosses Telefon zeigen? Ja! Schon, oder? Darf ich? Darf ich? Ja. Das ist nicht das Schreiblich. Ja, aber das ist falsch, das ist nicht das Schreiblich. Ah, du hast recht. Hey! Darf ich es? Ja, nimm es raus, bitte. Man hat noch die Anleitung gelesen, dann hätten wir es gefunden. Du hältst es ruhig, warte. Nein, nicht ruhig, dann drehe ich es. Voilà. Ah! Voilà. Jetzt muss ich nur nach vorne schauen, sonst macht das nicht so. Jetzt eine gewackelige Sache. Steckst du das mal dort ein? Von was habe ich es sonst gepackt? Hm? Von was habe ich es sonst gepackt? Das siehst du jetzt gerade. Ich meine, das ist drauf. Montieren. Das hätte man vielleicht in den Flugmodus eingetragen, damit es niemand stört. Und jetzt die Lightning-Seite kommt ins iPhone. Geht auch mit einem Android-Telefon. Ehm... Oder mit einem Tablet. Oder mit einem Tablet. Oh, das ist ein bisschen verrückt. Wieso geht das nicht? So. Nach einer Weile hin und her zu versuchen, ist es jetzt gegangen. Steckt fest. Jetzt kommt noch ein Monitoring, aber das lassen wir jetzt fürs erste Mal. Jetzt halt eben das hier. So. Hier sieht man es, glaube ich. Hier muss man die Schrauben anziehen. Not that nice. Was eben noch praktisch ist, sind hier die Einstellungen. Hier kann man das Monitoring, das man selber abhört, einregeln. Und unten drauf die Lautstärke des Mikrofons. Wir haben zusammengebaut. Und es ist sehr zackig und etwas wackelig. Und jetzt probieren wir es mal aus. Ja. Es wird weniger hell. Seht man das? Ja, genau. Deine Sicht wird immer dunkler. Jetzt gehst du wieder auf Plus. Und was kann man noch trocken? Äh. Es ist helles Licht, warmes Licht. Und jetzt ist es wieder genau. Jetzt würde ich sagen, starte mal ein Video und dann probieren wir es mal. Mhm. Und jetzt wechseln wir auf das iPhone. Sollst du uns etwas erzählen? Hallo. Hey. Hier bist du befestigt. Macht das Spass? Ja. Jetzt würde ich sagen, schau mal, Janinei. Jetzt schaust du hier in die Kamera. Ja. Und ich spiele jetzt mal mit den Farbmodis. Jetzt haben wir helles Licht, relativ. Jetzt ist es weisses Licht. Seht man da den Unterschied im Telefon? Doch. Sicher sieht man den Unterschied. Nein, jetzt bist du gelblicher. Jetzt wirst du wieder weiss. Mhm. Ich bleibe immer gleich gut. Jetzt bleibe ich gleich gut. Wir sehen es. Ich brauche es für ein TikTok-Video. Nur für eins? Tausend. Tausend TikTok-Videos. Und noch andere Sachen. Was macht es für einen Eindruck? Wieso? Es ist ganz komisch. Komisch, wieso? Weil ich ganz scharf finde es tut weh. Die Mikrofonhalterung ist nicht so gut. Sie ist mega wackelig. Wenn wir den Schrauben ein bisschen nachzielen, hoffentlich hält es besser. Wollen wir wieder mal etwas zusammen anschauen? Ja. Willst du noch etwas sagen? Tschüss. Bis zum nächsten Video. Wie lange willst du noch winken? Keine Ahnung. Ich kann dir einfach mal winken. Tschüss. 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 Adja, wir sind die Domen und Herra. Tschüss. Wren, 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 wren. Genau. Eben so. Ruhig misskript.